so damit kommen wir zur vorletzten map von episode 2 von doom the way it did und damit auch für die vorletzte folge für heute von doom the way it did ja genau danach konnte er wieder die nächste mit brutto doom okidoki mal gucken 120 gegner sieht also übersichtlich aus wir haben immer noch ein extra leben übrig gefällt mir mhm interessant oha da würde ich gar nicht rein erst mal gucken wie viele secret gibt es sechs stück ihr wollt mich doch ficken gut dann hoffe ich mal dass hier in der nähe irgendwo einer ist wo so ein antiprinner ist natürlich nicht das ist natürlich klar das heißt also ich brauche unterwegs leben so zum beispiel was hat das jetzt gemacht was hat die dinge geöffnet oder wie jetzt wow wie einfallsreich soo und wieder okay aber gleich wieder so noch leben geht doch Ich habe die Rüstung immer so gepackt, dass man sie nehmen muss. Ich habe die Rüstung immer so gepackt. Trotzdem gucke ich mal, ob es hier noch weiter geht. Ja, es geht noch sowas weiter hier. Oh mein Gott. Ich habe die Rüstung immer so gepackt. Ja, komm. Oh. Oha. Oh. 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 das hat die kacke hier bei dieser welt würde ich einfach nur ja wurde ich einfach nur hat der automat orientieren kannst oha bitte nicht sterben alleioja alter was geht denn hier ab alle leute das hat er das gebracht ist ja gar nicht center ich bin schon wieder drin was war das denn jetzt gerade pick up a backpack ok 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 ich hoffe irgendwas was nicht zu meinem leid war was 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 wieder Oha. Oh mein Gott. Ach, hier war ich noch bereits. Klar, das ist jetzt wieder der Anfang. Oha, lad doch mal nach jetzt. Oh, Alter, komm, ganz ehrlich. Das Problem ist immer, wenn ich immer auf die Pistole wechsel und dann gleich die rechte Tast drücke zum Nachladen, dann nimmt er sie teilweise nicht an und dann, ja. Oha, war der 3. Oh Gott, wo war ich denn jetzt schon überall? Also hier war ich auf jeden Fall noch nicht, oder? Doch, doch, hier war... Das ist am Anfang, klar, das ist jeder Anfang. Äh, roten Key habe ich noch nicht. Wo ist denn langgelaufen? Oh Gott, ich habe hier sowas von absolut... Oha. Nice. Das erste Secret. Okay, das dritte Secret. Ach, da ist auch gleich noch ein Secret. So, wir haben bis jetzt noch keine einzige Karte. Goddammit. Gut, ich gehe nochmal geradeaus und dann biegen wir mal rechts ab. Ähm, so, na komm. Haar im Mund, Alter, echt mal. Sollte aber langsam mal mein Bart schneiden, ey. Tja, nicht mehr normal. Das ist kein Secret! Du Verbrecher! Wie kann das kein Secret sein? Oh, diese Treppe runter. Oh, diese Treppe runter. Boah, Alter, komm. Oh. Sooo. Da hat der war noch was. Äh, nein. Ja, doch, genau. Hier bei der anderen Seite war noch was. Daaa. Schade, ich hatte das ein Secret. Ne, da muss ich. Schade, ich hatte das schon ein Secret. Ich bin jetzt schon wieder gelandet. Ich sollte aufhören, um alle möglichen Teleporter hinzusetzen. Weil es hier so scheißdunkel drin ist. So, das ist Exit. Schau mal nah, ich habe Exit gefunden. Yeah. Also brauchen wir die gelbe Karte, um es ins Exit zu kommen. Oh, okay. Das macht Sinn. Was? Äh, ja, und jetzt? Hä? Ja, warum hier bringt uns gar nichts? Wollt ihr doch das ein Knopf als ein Schalter? Ach, hier. Zu Gott, da komme ich ja gar nicht hin. Okay, ab zurück. Ach so, ja, genau. Hier komme ich ins Exit. Wow. Ich brauche also dafür... Ja, genau. Ich brauche den gelben Schlüssel. Äh... Gut. Gehen wir mal hoch. Hä? Hä? Hat es mir nicht gerade jetzt noch keinen Schlüssel gehabt? Jetzt haben wir die roten? Okay. Gut. Der rote ist da hinten. Äh, das ist wieder ganz am Anfang. Gut. Das ist deprimierend. Das ist deprimierend. Nein. Da lang. Äh, da lang. Und jetzt, äh, da lang, da lang, da lang. Hier einmal rüber. Ist kürzer. So, rot. Rot, rot, rot. Wo? Da. Okay. Die flere ist. Die flere ist. Ii, das ist wiederum. Ich habe die flere. Da, das ist wiederum. Ich habe die flere. Und jetzt, ich habe die flere. Und jetzt, ich habe die flere. war's das oder kommt noch mehr? so hier kommen wir wieder raus. Och boah sind wir wieder ganz am Anfang. Achso ne soweit. HÄÄH? Wow. Och Leute Ernst, wo bin ich jetzt überhaupt? Ach das ist doch das wo ich dachte, dass das ne Fall ist oder? Oh Gott, wo müssen wir jetzt hin? Kommen wir da weiter? Ja. Ah ok. So wir müssen, nein wir müssen hier lang, aber wir müssen vorsichtig laufen. Jawoll. Ok, jetzt haben wir den blauen Schlüssel. Den blauen Schlüssel können wir zwischen der blauen Tür, da haben wir zufälligerweise... Äh, nur da hinten welche, oder? Ja, da ist der Teleporter. Aber das ist noch ein Bereich wo wir nicht waren, dann gehen wir mal da hin. Oh, ich stehe in das Baum. Interessant, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. War das nicht der Bereich wo wir nicht weiterkommen? Ja, das war genau der Bereich wo wir, wo sie nichts gebracht hat. Ach man, Alter, wo müssen wir da jetzt lang? Wissen wir echt um den umweg nehmen? Ne, sind wir hier dran? Auch komplett durch doch. Ach man, Alter, langsam ist es hier aber echt eine Navigationsschwierigkeit. Wo müssen wir jetzt lang? Also ich fang nach da oben. Das Problem ist, man sieht hier nicht wo man über lang kann und man nicht. Man sieht nur welche Räume mit nahe zu benutzen sind. Äh, da ist eine liegende 6, ok. Oder eine liegende 9, je nachdem wie man das betrachtet. Können wir da lang? Gut, hier können wir lang. Und hier kommen wir auch durch. Okay, das war also das mit dem gelben Schüssel, ja. Da müssen wir jetzt auch hin. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Aha, okay, hier war der Aufzug. Okay, gut, das sieht doch schon besser aus. Äh, hier kommt man ja gar nicht durch. Ach Leute, wo sind wir mit, wenn wir ganz am Anfang teleportiert? Ach, leck mich doch am Arsch. Kann man bei irgendjemand sagen, ob wir es hier müssen? Gut, lassen wir sein. Den Bereich da oben meine ich es mal. Der ist mir zu blöd. Äh... Ich versuche es mal direkt nach unten zu gehen zu der blauen Tür. Ne, da ist die... Ach man, da kommen wir noch vorhin. Ach, da, darum ist ein Fenster. Ach man, Alter, ich hab erst so langsam den Überblick verloren hier. Kommen wir nicht lang. Okay, wieder irgendein Teleporter suchen, der sich wieder irgendwo hin dreht, damit wir dann wieder von vorne anfangen können. Äh... Ich suche Teleporter. Jetzt sind wir nicht mit mehr Teleporter. Also wir müssen zurücklaufen. Hier kommen wir aber auch nicht lang. Doch, da. Ja komm. Einmal hoch, bitte. So, wo wollten wir jetzt hin? Da unten müssen wir hin, oder? Ich hab keinen Plan. Wir müssen also nach da. Kommen wir überhaupt durch, oder ist es wieder nur so ein kleines... Ach doch, da. So, das war jetzt der Bereich, wo wir gerade waren. Dann sollte das uns auch in den richtigen Bereich führen. Äh... Genau. Blau, blau, da. Da ist doch alles so dunkel ist. Da ist einfach gar nichts. Oh, komm her. Ja. 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 Äh... Aber natürlich ist es wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. haben wir hier haben jetzt einen schlüssel ja wir haben die aber nicht geht es hier weiter ja da geht es weiter ach so das ist das mit dem großen wieder oben ne da waren wir bereits die kommen wir nicht rein also gehe ich mal hier in den teleporter und der schickt uns wieder nach unten ach leck mich ich habe keine ahnung ja wir waren doch gerade im blauen bereich wir müssten da also irgendwo ein schlüssel bekommen wo war noch mal ein raum mit dem schlüssel ja der ist genau keine ahnung wo oh man oh gott also erstmal wieder in den raum suchen wo der gelbe schlüssel war aber hier war definitiv nicht wir haben doch gerade damit mal Ah, das ist schon wieder. Nee, brauchen wir die Ganschlüssel? Jetzt rennen wir wieder zum Anfang des Levels Können wir mal irgendjemand sagen, wo der Ganschlüssel war? Was ist das? Ach komm Ja, wow, das hat sich halt nicht gesucht. Kann man da irgendwo hin? Nee, nur muss da oben. Alter, was ist denn? Wo muss denn das hier lang? Wo ist der Schalter? Ach komm. Ich will doch nur wissen, wo ich den scheiß gelben Schlüssel hier hatte. Oder wo ich den gefunden, äh, gesehen habe, weil ich doch nicht wiederhörnte. Ach, ist das behindert. Also, ich schau mal auf, warum ich den scheiß ich? Oh, okay. Ah, also, ich schau mal auf. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja, der Raum hier kommt mir schon, oder der Bereich kommt mir schon eher bekannt vor. Mit Verbindung auf den gelben Schlüssel. Aber hier bin ich auch wieder bei einem Ort, wo ich bereits war. Also wo ich jetzt gerade schon mehrmals war. Zum Gucken. Ah, bin ich ja hier unten. Das ist total bescheuert hier. So, hier haben wir angefangen. Dann sind wir, das ist alles das gleiche. Okay, und schon werden sie nicht mal weiter. Ah ne, also keine Ahnung. Wir werden also einfach die gesamte Map absuchen. Weil das System dahinter funktioniert nicht, wenn man hier nicht mal weiß, wo man ist. Dafür ist diese Map einfach viel zu verwinkelt. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Herzlichen Glückwunsch. Okay. 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 ist da oben. Aber da oben können wir doch gar nicht hin. Oder bin ich jetzt bescheuert? Da waren wir doch. Aber Leute, wir sind jetzt alle verarschen hier, oder was? Da oben waren wir doch als Kakodim in Gestalt. Da haben wir doch auch nichts gefunden. Ach man, ey. Aber warum komme ich jetzt hier wieder raus? Ich will nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich wo machen müssen. So, jetzt haben wir es nach 15 Minuten geschafft um die blaue Karte zu finden. Jetzt müssen wir noch mal 15 Minuten draufrechnen, um wieder da oben hinzukommen. Wo die blaue Karte war. War das hier? Er war hier. Mach er denn. Loll. Okay. War. 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 so gelb muss ich ja nach dem gelben schlüssel da unten also jetzt könnt ich euch sagen bei dem er werde ich definitiv nicht nach siekel suchen ich gehe jetzt einfach direkt zum ziel ich hoffe ich weiß ich weiß nicht wie ich da ist oder doch hier so muss reichen also das level war echt ein bisschen sehr verwickelt halleluja so ok ja gut dann würde ich mir sagen bis doch